und könnt damit Träger werden des Lebens dieses Volkes in der Zukunft. Der Völkerstreit, das Wuppeinander, er wird gepflegt und gasgeführte Interessenten. Es ist eine kleine, kurze, jucose Interessenten, die in der Vergangenheit erinnert. Und wir sind in der Vergangenheit gekommen, es sind das die Menschen, die nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf dem sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben und genauso gut in Brüssel sein können, wie in Europa und in Paris und auch in Europa und in Wien und in London und die sich überall zu Hause verblüben. Und es sind die Einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volker kann eben gar nicht nachfolgen.